wir können nicht einfach so springen ja das ding ging trotzdem schief das ist trotzdem schief ging du bleibst da jetzt stehen das licht geht an die performance geht weg irgendwie die ledertaste wollte nicht stelle das vielleicht mal auf hat an der stelle noch einen kleinen es hat so einen kleinen performance pack würde man sagen das licht verträgt sich gerade irgendwie nicht okay wir haben daraus gelernt katze bleibt im licht so Da. Da. Ah, hier geht's schon besser. Du warst gerade nur der Teil, oder wie? Komm her. Ich bleibst da sitzen und wir, äh, wir versuchen hier performance-technisch hier rüber zu kommen. Komm mal her. Geh mal da hin. Ah. Performance-mäßig. Nein. Ah. 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 Mit den Lichter irgendwie, ich weiß auch nicht. Wer so hell ist, das mag es nicht. Ach. Ach. Hier ist es. Ich verstehe es gerade nicht ganz. Ah. Das ist natürlich frech. Das ist wirklich frech. Was liegt das denn? Nein. Nee, macht es nicht wirklich viel besser. Das ist nur die Lichtsachen irgendwie. Das ist nur die Lichtsachen. Das ist nur die Lichtsachen. So, komm. Bring meine Kleine. Das ist nur die Lichtsachen. Das ist nur die Lichtsachen. Jetzt läuft es wieder. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hm. Jetzt wird er hoch, also. Okay. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, wir haben das fast. die auch die symbole hat das ist das was wir hier auf hinten in schreine das werden wir alles an schreien finden und die frage ist was bedeutet das okay jetzt wird es lustig es geht nämlich das rätsel muss scheinbar los um nass aber ganz schön und Oh, hat er zu be? der richtigen ohren weh nichts passiert nichts passiert außer dass die performance immer noch ein bisschen was hat nicht an was es liegt und ja 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 begrenzt war weg hatte irgendwie so richtig aber es ist nicht wirklich besser ich fühle mich, wenn ich doch noch an mich hänge und vorher soll ich wissen was richtig ist aber woher soll ich jetzt wissen was ich hier tippen muss vorliegen bei der performance gerade noch ein bisschen tiefer moment oder liegt das und es daran liegen will es ja nicht ausschließen moment 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 Untertitelung. BR 2018 Das hat auch nicht geholfen. Was bräuchte ich denn das denn? Das hat auch nicht geholfen. Der erste ist frei. Okay. Wenn das bei allen so ist, ist das irgendwie verdammt leicht. Nein, eins weiter. Was ist das denn? Mal gucken, was passiert, wenn wir das einfach... Ach, jetzt läuft's auf einmal hier. Moment. Moment. Ich verstehe es gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. So schlecht ist er recht und definitiv nicht. Aber wenn das gerade... Und das ist definitiv kein Spiel, wo man jetzt hier sonst was für eine Grafikkarte erwarten würde. Guck mal, das ist doch eh richtig. Aber jetzt hat er sich irgendwie... Ich weiß, was ist aber falsch. Das Gerät geht mir kalt. Also, wir können das hier wegschieben. Achso. Achso. Achso, der hier ist falsch. Warum ist der falsch? so jetzt ist der richtig aber immer noch falsch zu sein das das falsche ist ich verstehe es gerade nicht wenn ich ehrlich bin muss oben richtig sein oder wie also ich dann wissen was dann oben richtig ist ja aber keine ahnung Moment Hier gibt es immer irgendwelche leeren stellen sehr schön und jetzt noch eine Erläuterung was drei Punkte Drei Punkte Wenn ich das so mache, sind das drei Punkte Wenn ich das so mache Moment Geht das so um die drei Punkte Ich bin mir halt nicht sicher Hier werden es auch drei Punkte Das richtig zu sein scheint Es sind vier Drei Komm mal her Jetzt sind es drei Überall drei Da leuchteten halt auch drei oben aber das ist schon mal nicht richtig Ich verstehe es gerade nicht was das Spiel von mir will Das einzigste wo es wirklich komplett fertig ist Oder Das ist wie Wir haben halt nur das hier 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 Ich verstehe es Ich nicht verstehen 1 1 1 1 1 1 eins, wenn es richtig hat. Wenn man wenigstens eins richtig hätte, dann ist das so... Moment. Das ist Blödsinn. 4 5 Man hat hier halt verschiedene Punkte. Ich habe auch 3 Punkte. Ich bin verwirrt. Und weiß nicht weiter. Und es knarrt ganz schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.